Okay, los geht's. Wo sind unsere Bündnöten? Seht ihr an der Map? Gegenüber. Okay, dann Vollgas-Retter aus. Sieht ja gar nix auf der Map. Boah, die Map ist echt hart. Einzig. Wir sind oben rechts. Ich geh mal Vollgas-Retter aus. Dann werden die wahrscheinlich oben links und unten rechts sein, ne? Die Bündnöten fliegen nach unten, das heißt, die fliegen auch mal nach unten so'n bisschen. Ah, ich seh sie... Ist da oben ein Feind, der da sieht? Ja, ja, markiert. Dann gehen wir mal zu den Russen. Und das Skilling-Ding ist auch da. Und SS. SS ist auch hier. Das passt der Russen an SS. Mal die SS-Lobby abzuschießen, weil die ist näher. Das HH zu treffen. Rechtsseite. Ja, ich reparier erstmal unsere... ...dingen hier. Ja, kaputt, okay. Boah, sauber. Ja, Feind, Freund. Der Freund ist da hinten, wo ist der Feind? Hinter dir. Ja. Nein, ist er nicht. Sieht einer von euch schon? Nö. Andere hin. In den Tiefhörser. Nö. Mappen. Unter uns ist ja der... ...Bündnöter. Seh ich jetzt gerade nicht. Guck mal. Hinter uns ist keiner. Ah, wo schreib ich schon wieder drauf? Unter uns war irgendwas. Dieses Metallzeug war ja unter uns. Da rechts. Das ist Handel. Schüsse. Schüsse. Schüsse kommen. Nicht dieses Schiff, was vorne ist, sondern wo die Schüsse herkommen. Wie die Nebels, irgendwo. Ja, stimmt. Im Nebel irgendwo, ja. Da ist die Sinkfeeling. Da siehst du sie. Ja. Ja. Das hier anrück ich habe ja auch. Ein, zwei Teile. Wo muss ich nicht mehr? Hinter uns ist da ein anderer. Versuch mal die Sinkfeeling umzuhauen. Andermintag geht auch da rauf, oder? Ja. Ja. Ja, das ist dann definitiv hinter uns im Nebel. Ja, aber die haben nichts für Dreiweite, von da treffen nicht so viele. Versuchen mit voller Kraft von den Weg zu fahren und gehen zusammen auf einen. Wenn wir umgehauen haben, drehen wir um und gehen auf den nächsten. Was ist jetzt vorne los? Oh, welches dran? Ja, ja, aber der andere. Da, da, Feuer frei. Frontkanone. Auch man kann an der Frontkanone. Ja, ich geht an. Fotokotten eben. Oh, das ist schneller nachladen. Scheiße, müssen wir aufpassen, denn die Russen kommen auch noch. Die Russen kommen noch. Ja, was denn? Die steuern direkt auf uns zu. Ist ein bisschen hart, ich muss reparieren. So. Die Russen auf der rechten Seite. Die Frontkanone auch noch eine machen. Ich weiß mal unseren Umentrieb hier. Wir haben unter Recht keine Runde, um es zu reparieren. Mal rausgehen und reparieren. ... ... ... ... ... ... ... Natürlich Oder der Ziblien brennt Ja, ich bin... ...auf dem Weg Das ist doch gut Das ganze Das war's Das ist ein Ich weiß nicht, wie wollen sie nicht, ne? Und da kann Ohna repräsentiert, gerade drüber gut. Lex. Boah! Ich bremse schon. Das sind Legs, Alter, gerade eben, irgendwie. Sind das die Gegner von uns? Ja, die von uns sind die Gegner, war schon. Ja, Ram macht auch Schaden. Sehr schön. Kaputt. Ja. Wo sind die anderen? Nein. Rechts ist sie. Das war uns gleich. Oh, der bin jetzt kaputt. Okay, dann kann ich das haben. Bin da dran. Wenn der ganz kaputt ist, dann muss man erst ein paar Mal drauf haben. Ja, ja. Ja. Müsste ein bisschen höher. Ja, ich weiß, ich bin nicht mehr gleich kaputt. Ich gehe schon nach voller Pole nach oben, aber... Ja, das ist gleich wieder heil. So, Briten, alles, was dann raus ist, kaputt ist. Wir werden gleich die SS-Shinking-Feeling da oben angreifen. Rechte Seite. Die Russian wieder. Ich bin auf dem Weg. Bleib mal in einem tollen Feuer. Der sieht voll komisch aus. Rechte Seite. Ich muss jetzt wieder... Sch... Pass auf, wir haben gleich den Ding... Ich habe bitte auf den Weg. Ah, scheiße. Unter einem关el. Oh, IAKE es ein paar Punkte. Und Zeppeli ist kaputt. Ja, auf dem Weg Ich zieh volle Polo hoch Ja, dauert einen Moment Der Kopf ist beschädigt Ein paar Sekunden So, läuft Kriegst du hin? Wir gehen nach links oder einen russischen Freund, ne? Rechts ist hier, ist es ist Ja, die reden wir erstmal Wir müssen unseren russischen Freunden helfen Ich müsste hier mal ein bisschen Hilfe haben So beim Reparieren Jetzt hab ich schon wieder kaputt Ja, ich weiß, hier ist gerade alles kaputt Dann werden wir Rückzug immer machen Ah, wir lecken uns gerade Wir haben uns gerade kaputtgelegt Ist das so? Er verdrückt mal bang wieder Naja, wir fiel gegen 4-1 vorne, von daher Okay Können wir die SS von hinten anwerfen? Wo sind sie Jens, sind die da, weinst Sie? Die sind direkt vor uns Hinter dem Rohr oder? Direkt des im Rohr Leck Hoffen ich komm da rüber Ich hoff so Sind's vor uns die Gegner oder die Verbündeten? Da geht's mal. Warte, 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 da sind ganz viele Schiffe. Unter uns sind die Verbündeten. Ich würde sagen, die Rushen müssen wir anschließen, weil die Verbündeten auch da rauf gehen, oder? Ne, unter uns ist die SS. Ja, die Frage ist, ob was gehen unsere Verbündeten? Uns sind die kaputt gegangen. Ne, die müssen da rauf sein. Ne, die sind da, die sind unten. Unnötig. Ja, was musst du da rauf? Rechts. Kannst du nicht laufen, oder was? Nein. Ja, dann geht schon mal 80 mal vorne die SS mit. Ja. Geht kaputt. Leck, wir rammen die, wir rammen die, wir rammen die. Links jetzt. Und einen vor uns. Na, du musst nachladen. Ja, ehemm. Da gehen die noch mal kaputt. Ja, schön. Natürlich bin ich die Sorge nächsten mal. Wie lange gibt es den am W sureinchen? Jetzt soll ich das Lob machen.